What's going on right now? Hallo, grüß euch, hier ist der Oli und hier sind wir in der Newport Center Mall. Hier auf dem Bildschirm läuft ein kleiner Film. Oh, die Spickle den Nies, glaube ich. Und im Hintergrund läuft die Weihnachtsmusik. Hier kriegt ihr Bilder. My Holiday Moments macht das Haar einfach weg. Und da könnt ihr mit Santa sitzen. Und da seht ihr die Preise, die wir dazu bekommen. Wahnsinn, oder? Für 50 Dollar kriegt ihr noch Bilder mit Santa. Hammer! Da drin ist dann der Weihnachtsmann. Wenn er denn kommt, da klopft er schon an die Tür. Ho, ho! Und da sitzt er. Ho, ho, ho! Welcome! Und hier ist alles schön vorbereitet für den Weihnachtsmann, der dann im Holland Hotel wohnen wird. Und jeden Tag hierher marschiert. Es weihnachtet sehr. Hier in der Newport Center Mall könnt ihr super gut reinkaufen. Tolle Outlet Mall. Eine Simmons Mall. Einfach mit der Pastrain auf der Seite von New Jersey fahren. Und da gibt es auch die Geheimnisse. Die Geheimnisse vom Olli da oben. Nicht, wenn sie Victorian hat, sondern wenn sie Castleman hat. Aber ihr wisst ja, wenig Staub für viel Geld. Da geht man lieber ohne Unterwäsche, oder? Passt auch. Also dann, macht's ganz gut. Servus und tschau, sagt der Olli. Und frohe Weihnachten. Happy Holidays. Ciao!